Hallo ihr Lieben, heute habe ich wieder ein neues Video für euch und zwar soll es dieses Mal nur ein ganz kurzes Ankündigungsvideo geben und zwar habe ich vor mit euch zusammen ein Buch zu lesen bzw. wenn es uns denn gefällt, gleich die komplette Reihe und zwar geht es um Marie Forst, alles was du suchst und ja, das Buch haben wir ja jetzt schon überall gesehen es ist in aller Munde, es wird total gehypt und ja, es versprüht so eine wohlige Wärme nach zu Hause und Liebe und Heimatgefühle ja, es ist einfach eine total romantische, süße Liebesromanze und ja, wir begleiten hier wohl eine komplette Familiendynastie in mehreren Bänden geht es immer um andere Personen, Hauptprotagonisten und in jedem weiteren Band spielen dann eben neue Charaktere mit die wir dann in anderen Büchern schon kennengelernt haben und ich dachte mir, dass es bestimmt den ein oder anderen geben wird der dieses tolle Buch noch nicht gelesen hat bzw. die Reihe und das dann eben mit uns gemeinsam lesen möchte also ja, ich habe in Facebook eine Gruppe erstellt und eine kleine Umfrage natürlich dann auch, wann wir dieses Buch lesen möchten und da könnt ihr dann eben auswählen, wann wir starten wollen ich habe daran gedacht, so im September, Oktober vielleicht, so die Richtung, dass wir dann eben damit anfangen und ja, ich bin schon wahnsinnig gespannt, wie das Buch so sein wird so dick ist es ja nicht, es hat jetzt 500 Seiten, das ist eigentlich, denke ich mal, sehr leicht machbar ich werde dann auch nach und nach die Leseabschnitte erstellen, dass wir dann da eben kommentieren können und uns eben toll austauschen können miteinander ich finde, das macht einfach total viel Spaß und ich habe dadurch auch schon sehr viele nette Menschen kennengelernt ich finde, da kommt man einfach noch schneller voran beim Lesen und das lockert das Ganze einfach auf und ich weiß nicht, man motiviert sich so ein bisschen auch beim Lesen ich hoffe, ihr habt Interesse daran und dass viele von euch Lust haben, mit mir gemeinsam dieses Buch zu lesen und ich werde unten in der Infobox dann die Facebook-Seite verlinken, dass ihr das dann auch findet und ja, mehr habe ich dazu nicht zu sagen ich freue mich, dass ihr eingeschalten habt und ich wünsche euch dann natürlich ganz viel Spaß beim gemeinsamen Lesen dass wir viel Freude daran haben und dass uns die Geschichte auch so gut gefallen wird wie den anderen von euch vielen Dank fürs Vorbeischauen und bis dann, tschüss!